Hi Franni, mein Traum hat sich am 14. Juli 2007 erfüllt. Ja, da habe ich natürlich sofort meine Hand gehoben und gehofft, dass du mich auf die Bühne holst. Ja, da war ich erst total fassungslos und dann habe ich meine Kamera, mit der ich vorher filmte, an meinem Freund weitergereicht. Und ja, ich bin dann total fassungslos zur Bühne gegangen und das Schärfste war, du hast mich erkannt und mit meinem Vornamen angesprochen. Geil. Und dann haben wir gesungen. Und dann haben wir gesungen. Und dann haben wir gesungen. You're raining me down today